Musik Herzlich Willkommen auf dem Hannover Siemens Messestand Ingenuity for Life – Driving the Digital Enterprise. Das ist unser diesjähriges Motto. Es steht für unsere Innovationskraft und Leidenschaft für die Technologie, die wir zum Nutzen unserer Kunden einsetzen. Mit Siemens steht Ihnen ein zuverlässiger Partner an Ihrer Seite. Sie profitieren von unserer langjährigen Branchenerfahrung und von unserem umfassenden Know-how in der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Für die Prozessindustrie spielt Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Strategien, damit Sie schon heute bestmöglich davon profitieren und dauerhaft Ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können. Auf unserer Digitalisierungswand zeigen wir anhand konkreter Anwendungsbeispiele, welche Chancen sich durch die Digitalisierung für die jeweiligen Branchen ergeben. Die Unternehmen der Prozessindustrie stehen unter großem Wettbewerbsdruck. Sie unterliegen strengen Regularien und sich rasant wandelnden Märkten und Technologien. Eine Gratwanderung zwischen Innovation und Kontinuität. Es gilt die Produktion flexibler zu gestalten, um Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Aber es müssen auch Prozesssicherheit und hohe Produktqualität gewährleistet sein. Nicht zu vergessen, kontinuierliche Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, um Kosten weiter zu senken. Digitalisierung ist hier der Hebel, um Anlagen rentabel, wettbewerbsfähig und auch zukunftssicher zu machen. Sie erlaubt Entscheidungen in einer nie dagewesenen Qualität, schnell, fundiert und faktenbasiert. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, eine Anlage systematisch über den gesamten Lebenszyklus zu optimieren. Vom integrierten Engineering bis zum integrierten Betrieb. Mit unseren Produkten und Lösungen können wir Sie auf Ihrem individuellen Weg zum Digital Enterprise begleiten. Wir bieten alles, was Sie dafür benötigen. Industrielle Software und ein umfassendes Automatisierungsportfolio mit durchgängigem Datenmodell als Kern industrielle Kommunikation über alle Unternehmensebenen hinweg. Industrielle Sicherheit zum Schutz vor Cyberangriffen und industrielle datenbasierte Services. Mit dem integrierten Angebot an Hardware, Software und Services lassen sich enorme Datenmengen aus dem Prozess erfassen, vernetzen und intelligent nutzen. Mit dieser durchgängigen Datenbasis ermöglichen wir die Integration aller Prozesse über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das Highlight-Exponat Fiber Industry Cube illustriert eine intelligente, durchgängige Automatisierungslösung in Verbindung mit Integrated Drive Systems, unseren integrierten, effizienten Antriebssystemen. Schon in der Engineering-Phase entsteht ein einheitliches Datenmodell der digitale Zwilling der realen Anlage, der über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg genutzt werden kann. Das spart wertvolle Zeit und Kosten und erhöht gleichzeitig die Qualität nicht nur im Engineering. Zudem ermöglicht es die virtuelle Simulation einer Anlage vor der kritischen Phase der Inbetriebnahme und unterstützt so den reibungslosen Betrieb. Auch später im Anlagen-Lebenszyklus werden durch die intelligente Verknüpfung von Anlagen und Prozessdaten, beispielsweise Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, sowie die Anlagenverfügbarkeit optimiert. Und das gilt auch für die bereits bestehenden Anlagen. Digitalisierung, auch schrittweise umgesetzt, zahlt sich in jedem Fall aus. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie die Prozessindustrie mit Siemens einen großen Schritt von Integrated Engineering hin zu Integrated Operations macht. Und damit in Richtung Anlage der Zukunft, dem Digital Enterprise.